Geil. Ciao. Dir auch. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute allerdings ein bisschen kürzer. Ich bin ja momentan noch ein bisschen grounded. Das heißt, ich kann nicht fahren. Deswegen probiere ich aus meinem Material ein bisschen mehr Videos zu machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Heute mein erster Drop. Vielleicht kennt ihr den Drop. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Sieht natürlich wieder viel kleiner aus auf der GoPro. Ihr kennt das Problem. Aber egal. Mit meinen 94 Kilo bin ich auf jeden Fall ordentlich eingerastet. Mal schauen, wann es dann soweit ist, bis ich den großen Drop nehme. Jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Video und bitte lassen mir doch ein Abo da, damit wir das Ganze hier noch ein bisschen weitermachen können. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal den kleineren Drop nehmen. Ich hole da mal geschmeidig hin. Zack. Ja. Das passt auf jeden Fall. Das ist der große. Schon ordentlich. Ja, aber der muss heute nicht sein. So ein bisschen aufpassen, dass hier keiner kommt. Okay. Dann schauen wir mal. Geil. Oh, zugewachsen. Oh, herrlich. Das war nochmal geil am Ende der Drop. Auch wenn es nur der kleine war, hat sich auf jeden Fall doch ein bisschen größer angefühlt als gedacht. Ja, gerade weil es ein bisschen rutschig war, die Landung ein bisschen sketchy, aber trotzdem kein Problem. Hat echt Bock gemacht. Ja, jetzt muss ich nur noch einmal nach oben pedalieren. Gar kein Bock. Mein Spaß gehört dazu. Und ja, dann wärs das auch schon wieder für heute. Denkt dran, falls es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ihr dürft auf mehr Videos gespannt sein. Ich freue mich drauf und Peace.